Von 10. bis 22. April befinden wir uns in der Ick-Welle, die weiße Windwelle, die die Kraft des Geistes und der Inspiration mit sich bringt. Und gerade die Vielseitigkeit und Vielfalt des Geistes kann hier zu einem wahrhaftigen Problemlöser-Tool einerseits werden und andererseits wunderbare neue Kreationen hervorbringen. Und es wird an dir liegen, wie weit du dich hier achtsam dem öffnest, was ich in dem Moment jeweils zeigen möchte, in dem du gerade bist. Und dieses Innehalten, trotz dieser vielen Gedanken, die dich auch aufscheuchen können, ist möglicherweise auch eine Herausforderung. Denn das eine ist, viele verschiedene Ideen zu haben und das andere ist, in die Umsetzung zu kommen. Sei da wirklich auch eingeladen, bis zum 22.04. nicht zu streng mit dir zu sein, was etwaige Umsetzungen anbelangt, sondern sei wirklich offen dafür, all die Inspirationen, die da zu dir kommen, einfach auch aufzunehmen und zu sammeln. Lass deiner Seele Flügeln wachsen, öffne dich deinen Eingebungen, lerne und genieße, bei dir zu verweilen und dem inneren Fluss zu lauschen. Das könnte die übergeordnete Einladung sein für die kommenden Tage bis zum 22.04. Dem inneren Fluss lauschen zeigt zugleich auch, wie wichtig und bedeutsam Worte sind, Gedanken, die in Sprache sich formen. Denn darin liegt dieser erste Moment, der deine Schöpferkraft bereits zum Ausdruck bringt. Vielleicht kennst du auch diese Aussage vom Talmud, wonach man auf seine Gedanken achten darf, die sich ja in Folge in Worteformen, von Worten, in Handlungen und Handlungen, die dann auch so ein Stück weit deinen Charakter auch ausmachen können, wenn es Gewohnheiten sind, die du unüberlegt, unhinterfragt immer und immer wieder zum Ausdruck bringst. Und vielleicht ist gerade die I-Quelle eine gute Möglichkeit, dir deiner Worte einmal mehr bewusst zu werden, die eine oder andere Veränderung vorzunehmen und vielleicht auch in deiner Sprache, in deiner Schöpferkraft einmal mehr dir und der Welt dienlich zu werden. Ich möchte dir ein paar Beispiele geben, mit denen ich arbeite, mit denen ich gelernt habe, meine Sprache zu verändern. Nicht nur, dass ich gerne Worte neu erfinde. Also bei mir findet man ja auch zum Beispiel die Inspiration und nicht die Inspiration. Und du bist ebenso eingeladen, die einen oder anderen Worte neu für dich zu finden. Denn in deinem Kontakt mit dem, wie sich Dinge für dich anfühlen, anspüren, kann sich da durchaus auch zeigen, dass es vielleicht ein neues, ein anderes Wort braucht. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich mein erstes längerfristiges Coaching, meine erste längerfristige Begleitung habe, tatsächlich mit einem kanadischen Coach gemacht. Ich habe das Gefühl gehabt, da kann ich mir viel mehr zeigen. Es ist viel unbelasteter, auch in einer anderen Sprache, mich da mitzuteilen. Und vielleicht ist das auch etwas, was für dich eine Idee sein kann, auch in anderen Sprachen zu schauen, welche Worte da vielleicht auch ein Ausdruck sind und vielleicht viel stimmiger sind für das, was du gerne zum Ausdruck bringen möchtest. Wenngleich natürlich, was immer deine Muttersprache auch ist, wenn sie deutsch ist und gerade ein Dialekt, dann bitte, bitte auf keinen Fall aufgeben. Ich glaube, es ist ganz viel Dialekt verschwunden, weil die Menschen eine Sprache übernommen haben, die dafür sorgen, dass Menschen funktionieren und Leistung erbringen und ins System hineinpassen. Und dadurch ist da leider eben viel Dialekt verloren gegangen, der uns viel mehr an diese Ursprünglichkeit in Wahrheit auch wieder binden und zurückführen kann. Und ja, auch ich kann viel mehr Dialekt reden, das vielleicht jetzt nicht in diesen Audios von mir so nachvollziehbar oder hörbar ist. Einfach, weil es mir wichtig ist, dass du gut verstehst, was ich mit dir teilen möchte. Und auch Worte, die wir alle verwenden, völlig unabhängig vom Dialekt, haben gewisse Qualitäten. Und mit sich, denn jedes Wort ist Frequenz und die Arbeit sehr viel mit Sprache und Kommunikation. Komm Unikation, wo das Wort Unikat drinnen steckt und uns einladet, wirklich auch so unsere Einzigartigkeit über den Ausdruck nach draußen zu bringen. Und ein paar Worte, die ich dir als Anregung mitgebe, so ein extra Pluszuckerl für diese Maya-Zeit-Inspiration wäre, dass ich sehr gerne und verwende, also ich habe tatsächlich auch einmal mein erstes Referat. Ich bin nicht so wirklich begleitet worden in meinem Heranwachsen, was die Schule anbelangt. Ich habe mir gedacht, ich mache das schon. Und wie es geheißen hat, man macht ein Referat. Habe ich das nicht verstanden, dass man da irgendwie was vorbereiten soll, im Sinne von was aufschreiben. Ich habe mir gedacht, ich habe das Buch eh gelesen, ich werde schon was wissen, was ich dazu erzähle. Und ich glaube, so nach, keine fünf Minuten sind vergangen, hat die Deutschlehrerin einen Mitschüler von mir, den lieben Oliver, ich weiß es noch ganz genau, wir haben so unsere Geschichten sowieso laufen gehabt, es war deswegen sehr passend, wurde beauftragt, immer wenn ich uns sage, soll mir bitte ein Stricherl machen. Und es hat natürlich dazu geführt, dass es immer mehr geworden sind, weil ich natürlich auch geschaut habe, was Ero so macht und es ist aufgefallen, dass Ero sehr beschäftigt ist. Gleichzeitig ist es ein super Wort, das man nämlich verwenden kann, statt dem Wort aber. Denn wenn du es nicht weißt, aber löscht alles, was gesagt wurde, was immer du vorher vielleicht noch mit Zustimmung auch unterstützt hast, nämlich ja, aber führt dazu, dass das, was vorher gesagt wurde, keine Gültigkeit mehr hat. Das ist natürlich auch sehr wertvoll, das zu wissen, wenn man in Kontakt ist mit Menschen, die einem wertvoll sind und wo man vielleicht auch eben sich mitteilen möchte, eine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen und auch eine Verbesserung mitzugeben. Eine Verbesserung mitzugeben gelingt besser mit einem und statt einem aber. Genauso wie das Wort spannend etwas ist, weil Körper auch ein Abbild dessen ist, was wir sprechen, Spannungen unterstützt. Und ich glaube, wir sind in einer sehr angespannten Welt und tun uns da vielleicht auch Gutes, wenn wir mehr zum Beispiel das Wort verwenden, interessant. Etwas interessant zu finden, hat nämlich auch für uns die Möglichkeit, uns zu öffnen für Inspirationen. Und genau diese sind in der I-Quelle so willkommen und auch vorhanden. Sei wirklich da so offen für all das, was dich inspirieren wird in dieser Zeit, für all das, was an Ideen auch zu dir kommt. Und vertraue darauf, dass das wirklich so ein Aktivieren auch dessen ist, was ja in dir schon schlummert. Du kannst nichts aufgreifen, nichts andocken, was nicht in irgendeiner Art und Weise in dir schon vorhanden ist. Deswegen auch gar keine Notwendigkeit, das zu analysieren, sondern einfach auch hergehen und sagen, schauen wir mal, was da kommt. Natürlich ist es auch wertvoll, deine Verbindung zu deinem So-Sein, zu deiner Einzigartigkeit zu spüren und wirklich auch anzudocken an deiner Körperweise, denn in diesem Angedockt-Sein wirst du einmal mehr auch wahrnehmen, dass das wirklich nicht jetzt irgendein leeres Gerede ist, weil da hat irgendwer etwas Gescheites gesagt oder angeblich glaubt, die Person ist es gescheit, sondern es ist tatsächlich dann auch für dich nachspürbar, dass dieses Innehalten dir dann auch deinen inneren Halt wiederum stärkt und all das, was du für dein Leben brauchst, ist in dir vorhanden. Gestatte deinem Leben einfach auch so wie der Wind zu sein, frei dahin zu strömen und offen zu sein, was der Geist, ich, der weiße Hund, für dich bereithält. Erwähnen möchte ich, dass Ik, der weiße Hund, das männliche Prinzip repräsentiert. Nach Shakti Gaiwan, das Männliche in uns, der männliche Aspekt ist Handlung. Er befähigt uns, Dinge in der physischen Welt zu tun, zu denken, zu reden und uns zu bewegen. Egal ob Mann oder Frau, es ist die männliche Energie in dir, dank der du handeln kannst. Und in all dem Sprudeln, in diesem vielen, was da vielleicht in dich hinein sprudelt und umgesetzt werden möchte, nutze wirklich auch gerne das Schreiben, denn über das Schreiben kannst du den Dingen auf alle Fälle mal den Raum geben, ohne dass sie verloren gehen und dann bist du befreit von einer Angst, das könnte weg sein. Ich kann mich selbst erinnern, ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich mir gedacht, oh, das ist so eine gute Idee, Hilfe, dann muss man das aufschreiben, weil sonst ist es vielleicht weg. Um dann über die Zeit festzustellen, die guten Ideen und all das, was von dir in die Welt geboren werden möchte, hat ziemliche Penetranz und kommt sowieso immer und immer wieder. Das soll jetzt nicht irgendwie heißen, dass du deine Achtsamkeit zumachst, deine Ohren verschließt, sondern wirklich dein Herz dafür öffnest und vertraust, dass es wirklich auch für dich gedacht ist, das Leben auf die Art und Weise zu fühlen, zu denken, zu sprechen, zu handeln, wie es über dein Herz zu dir und durch dich dringt. Die Inspiration, die du suchst, ist bereits in dir. Sei still und lausche. Nicht nur Rumi ladet dazu ein, sondern auch ich, indem ich die Worte gerne mit übernehme. Jetzt startet die Ickwelle mit einem Portaltag. Jetzt könnte man sagen, das ist wunderbar, weil es ein Sonntag ist. Vielleicht magst du genau diesen Starttag auch einmal mehr bewusster dafür verwenden, deiner inneren Führung zu lauschen, achtsam zu sein, innezuhalten, wirklich auch mal zu vereinfachen, zu reduzieren, das viele tun, anzukommen, um dir deiner Schöpferkraft einmal mehr bewusst zu sein. Denn in diesem Angedocktsein mit dir und deiner Schöpferkraft können sich auch diese Kreativitäten in einer Umsetzung finden. Dann ist es nicht mehr der Stress, was du alles tun und handeln musst, sondern in Verbindung mit deiner weiblichen Qualität, die du auch in dir trägst, schaffst du den Raum dafür, dass die Dinge in eine Umsetzung kommen können, dass die Dinge gebärt werden. Wenn das männliche Prinzip die Überhand hat, dann verlieren sich natürlich viele Ideen und Inspirationen, weil es auch diese weibliche Qualität braucht, um in die Welt geboren zu werden. Der Schlüssel liegt sicherlich in deiner Wahrheit, in deinem zu dir stehen, deine Wahrheit auszusprechen, zu deiner Wahrheit stehen und danach auch zu handeln. Nach Paolo Veronese, das Feuer der Inspiration leuchtet um mich, in mir und durch mich hindurch. Ich bin jetzt in der Lage, das, was in mir ist, in die Form zu bringen. Und genau das wünsche ich dir. Und ich habe Fragen für dich wiederum mit dabei, die du dir stellen kannst, nachspüren kannst, gerne auch den einen oder anderen Gedanken dazu niederschreibst, denn die Antworten finden sich aus dir heraus. Lausche, spüre, antworte. Spüre, spürend, schreibend. Handle ich nach meiner Inspiration? Vertraue ich meiner Wahrnehmung? Verwirkliche ich meine kreativen Ideen? Bin ich mir meiner Schöpferkraft bewusst? Bin ich aufmerksam und offen für den gegenwärtigen Augenblick? Nehme ich mir Zeit zum Innehalten, Atmen, zum Langsamerwerden? Habe ich ein negatives oder positives Selbstbild von mir? Fragen, die du dir natürlich nicht nur, aber besonders natürlich in dieser I-Quelle wiederholt stellen kannst, die dich einladen zum Innehalten, die dich einladen mit all den Inspirationen, die so daherkommen, auch zu verweilen, um auch einmal mehr Antworten und Wege für dich zu finden, um diese Dinge in die Welt hineinzugebären. Mit den Worten von Thich Nhat Hanh möchte ich diese Audio beschließen und dich einmal mehr innen und aktivieren. Du bist wundervoll, so wie du bist. Versuche nicht, jemand anderes zu sein. Das, wonach du suchst, ist bereits da. In dir. Es liegt nicht außerhalb deiner Selbst. Du bist bereits, was du werden möchtest. Und du bist wundervoll, so wie du bist. Du musst daher nicht in die Zukunft gehen, um zu werden, was du sein willst. Alles, wonach du suchst, ist schon da. Im Hier und Jetzt. In Liebe, Theresia, die sich darauf freut, zu hören, welche Inspirationen dich ereilen, welche Inspiration dich zum Leben erweckt und einmal mehr das Geschenk, das du bist, in das Leben gebärt. Ich freue mich auf etwaige Kommentare, auf Nachrichten und bin natürlich bereit, dir auch deine höchstpersönliche Sternenglyphen-Audio zu erstellen, falls du sie für dich noch nicht ermöglicht hast beziehungsweise du an jemanden denkst, den du gerne beschenken möchtest. Denn wer immer dir begegnet, ist ebenso ein Geschenk für die Welt. Und ja, leider kann es nicht jeder schon so sehen. Und ich hoffe, dass du es einmal mehr durch diese Maya-Zeit-Audio in jedem Fall erkennen kannst und dich eingeladen fühlst, deine Einzigartigkeit einmal mehr zum Ausdruck zu bringen. In dem Sinne, alles, alles Liebe, Theresia von der Bandenzer